Übt das nicht Druck aus? Zeit ist ein Faktor und das gilt auch für Psychologen. Max Hedenius ist der neu? Ja. Ist dir schon irgendwas über ihn bekannt? Nein. Hast du ihn gegoogelt? Ja. Der einzige Max Hedenius, den ich finden konnte, ist vor fünf Jahren gestorben. Was genau führt sie zu mir? Ich will gern verschwinden. Ich will weg sein, als ob ich nie dagewesen wäre. Verstehen Sie? Warum wollen Sie verschwinden? Einige Leben sind es nicht wert, gelebt zu werden. Einige hätten nicht einmal auf die Welt kommen sollen. Der Rest ist mein Job. Du bringst sie ins Bett. Das ist ein schlechter Deal. Da ist der Abwassend deutlich entspannter. Alles, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen, ist, dass die Frau ermordet wurde. Und hier in Schweden hat der Täter dieselbe Nachricht hinterlassen, wie bereits bei dem Mord in Trondheim. Ich falle in die endlose Leere der Einsamkeit und niemand fängt mich auf. Also du hast eine halbe Stunde. Etwas stimmt nicht mit mir. Gelingt es dir mir zu helfen, dann lasse ich dich gehen. Zeit ist ein Faktor, auch für eine Psychologin. WDR mediagroup Gummisch WDR mediagroup Gummibre